Die Einigung von Union und SPD entspricht nicht wirklich dem, was die Organisation Pro Asyl und dieser geflüchtete syrische Vater wollen. Der Familiennachzug für Subsidiar-Geschützte bleibt ausgesetzt bis zum 1. August. Ab dann soll 1000 plus gelten. Bis zu 1000 Angehörige pro Monat plus Härtefälle. Die Einigung klingt aber vor allem gar nicht nach einer Einigung. Die SPD wertet es als Fortschritt für Flüchtlinge. Der Fortschritt besteht erstmal darin, dass wir überhaupt wieder Familiennachzug in Deutschland ermöglichen. Das war in den letzten zwei Jahren überhaupt nicht möglich. Die CSU kommt aber zum gegenteiligen Schluss. Mit der Neuregelung wird der Anspruch auf Familiennachzug für Subsidiar-Geschützte zum 1. August abgeschafft. Und was das Plus hinter der 1000 angeht, scheint gar nichts klar zu sein, so die CDU. Die Frage, was muss dort hinzukommen? Also wie sieht eine Härtefallregelung aus? Was soll sonst noch alles passieren? Dies ist immer noch streitig. Unmittelbar nach einer Einigung schon Streit darüber, worauf man sich überhaupt geeinigt hat. Überzeugend ist das nicht. Und beim Ministerbayerischen Innenminister Joachim Herrmann, der bei den Koalitionsverhandlungen für die CSU und der Arbeitsgruppe Migration mit dabei war, heute bei uns. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Grüß Gott. Haben Sie jetzt besonders gut oder die SPD besonders schlecht verhandelt? Ich glaube, wir haben ein vernünftiges Ergebnis erreicht. Das ist ja das Entscheidende. Nämlich, dass wir weiterhin den Neuzuzug von Flüchtlingen in Grenzen halten. Und das ist das, was die Mehrheit der Menschen in Deutschland ja auch insgesamt will. Aber dass wir da auch eine vertretbare Lösung für Familien haben. Und deshalb, glaube ich, können wir uns sehen lassen. Ja, wir sind jedenfalls von Seiten CDU und CSU recht zufrieden, dass wir damit das umsetzen können, was wir vorher gesagt haben. Kein unbegrenzter Familiennachzug mehr, nicht noch mehr von Leuten, die nur begrenzt überhaupt da bleiben können. Es geht ja um die subsidiär Geschützten, die nur vorübergehend in Deutschland bleiben können. Die SPD hat die Härtefallregelung durchgesetzt, die bei den Sondierungen erst bei den 1.000 inkludiert war. Jetzt kommt sie nochmal obendrauf. Und trotzdem will die SPD jetzt, so hört man jedenfalls, nachverhandeln. Ich denke, jetzt ist eine Einigung erzielt worden, die ja jetzt auch als Gesetz, es kommt dann nochmal ein weiteres Ausführungsgesetz, aber zunächst mal als Gesetz auch noch in dieser Woche vom Bundestag beschlossen werden soll, weil ja die Frist im März abläuft. Ich glaube, das ist richtig so und dazu sollte man ja auch stehen. Ich glaube, das ist eines der Probleme der SPD, dass wir uns zwar, das war bei den Sondierungsgesprächen schon auch bei anderen Themen so, zwar einerseits auf was einigen und anschließend, dass es dann immer Teile der SPD gibt, die gleich wieder erklären, dass sie eigentlich damit nicht zufrieden sind. Es ist ja auch bei den Sondierungsgesprächen nicht so gewesen, dass wir von allen nur begeistert waren. Aber wenn man etwas vereinbart und sagt, so macht man das jetzt, dann muss man, glaube ich, auch mit Überzeugung anschließend dazu stehen und das so vertreten. Und wenn man es anschließend immer wieder in Frage stellt, dann ist das für eine künftige Bundesregierung schon nicht ganz einfach. Vorher war das so, dass im Grunde der Familiennachzug, dass man damit auch einen Rechtsanspruch hatte. Jetzt ist es im Grunde Ermessenssache. Es gibt die Zahl 1000 und man stellt sich die Frage, wonach wählen Sie denn diese 1000 eigentlich aus? Wird es wie in Amerika eine Lotterie geben? Geht es danach, wie lange jemand schon hier ist? Wie wollen Sie das festlegen? Lotterie wird es sicherlich nicht geben, sondern natürlich geht es um humanitäre Gesichtspunkte. Das ist heute schon ein wesentlicher Maßstab. Das sind ja dann die Fragen, wer stellt den Antrag bei den Botschaften im Libanon, in Ägypten, in Jordanien, in der Türkei. Und dann muss natürlich überwiegend nach humanitären Gesichtspunkten ausgewählt werden. Was sind das zum Beispiel? Das kann zum Beispiel Krankheiten bei dem einen Familienmitglied oder bei dem anderen, das kann bei dem, der schon in Deutschland ist, sein. Das kann an dem liegen, die noch im Irak beispielsweise sind. Da kann der Grund liegen, danach das auszuwählen. Das entscheiden dann die Botschaften? Ja, das ist ja heute bei einer Visa-Erteilung auch so. Da wird die Bundesregierung sicherlich gewisse Richtlinien erlassen, aber letztendlich kommt es auf den Einzelfall an. 1.000, ich habe es gerade schon mal erwähnt, plus Härtefälle. Und da fragt man sich dann auch, im letzten Jahr waren das unter 100, wer fällt eigentlich unter diese Härtefälle? Sind das dann die Minderjährigen, die hier sind, wo die Eltern nachkommen müssen? Oder wo die Eltern hier sind und die Minderjährigen nachkommen? Sind das in Ihren Augen? Ich meine CSU, das Familienbild, hat einen hohen Stellenwert. Sind das für Sie Härtefälle? Das kann im Einzelfall so ein Härtefall sein. Auch da spielen wieder solche Fragen eine Rolle. Dramatische Erkrankung von einem Flüchtling, der schon hier ist, der anerkannt ist und der dann die Familie nachziehen kann. Das kann aber auch eben an den Familienteilen liegen, die im Nahen Osten sind. Das kann sich aus einer speziellen, persönlichen Lage der Einzelnen jeweils ergeben. Ja, wir müssen aber immer wieder sehen, wenn Sie die Minderjährigen ansprechen, nicht jeder ist da ein Härtefall. Man muss sehen, dass die Schleuser da auch ein Geschäftsmodell draus gemacht haben. Das sind ja zum Teil Situationen, wo eine Familie eben den 16-Jährigen vorausschickt, quasi dafür den Schleusern Geld bezahlt. Dann sitzt er in Deutschland und dann kommt der Antrag, soll jetzt alle nachgezogen werden. Wir wollen den echten Härtefällen helfen, aber wir dürfen nicht solche Schleuser-Geschäftsmodelle auch noch unterstützen. Wie sehr haben Sie sich, wenn wir uns jetzt die Zahlen anschauen, der Familiennachzug wurde seit Monaten eifrig diskutiert. Es gibt natürlich noch viele andere, fast wichtigere Baustellen. Wie sehr haben Sie auch auf die Außenwirkung eigentlich geschaut? Man hat fast den Eindruck, dass dieser Familiennachzug zu so einer Art Symbolpolitik geworden ist. Wir haben klar schon vor der Wahl gesagt, erstens eine Situation wie 2015 darf sich ewig erholen. Wir wollen die Integrationsfähigkeit Deutschlands nicht überfordern. Und das ist ja genau das, was auch die Mehrzahl der Menschen in unserem Land spült. Wir wollen helfen, aber es dürfen auch, ganz einfach gesagt, es dürfen auch nicht zu viele sein, die unser Land überfordern. Und genau das haben wir jetzt ja auch in den Sondierungsgesprächen schon verankert. Dazu hat sich jetzt auch die SPD bekannt und auf der Grundlage kann man, denke ich, eine weitere vernünftige Flüchtlingspolitik gestalten. Wir müssen diejenigen, die wirklich Anspruch haben auf Schutz, denen müssen wir helfen. Die müssen wir dann auch, wenn sie auf Dauer hier sind, ordentlich integrieren. Wir müssen aber genauso konsequent eben diejenigen, die in unser Land kommen und keinen Anspruch haben, hier zu bleiben, auch wieder entsprechend in ihre Heimat zurückführen. Und das konsequent umzusetzen, das muss die Linie der neuen Bundesregierung sein. Abschiebung ist das nächste große Thema, vielleicht beim nächsten Mal. Joachim Herrmann, vielen herzlichen Dank, Innenminister Bayerns, dass Sie heute bei uns waren, mit dabei in der Verhandlungsgruppe, wenn es um Migration ging. Danke Ihnen.